Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Zuschauer, wir haben uns schon die Finger wund geschrieben, speziell für Sie und zwar aus welchem Anlassmacher? Wir haben nach 8 Jahren endlich unser eigenes Buch rausgebracht. Unser Leben mit dem Glücksrad. Und nicht nur, dass wir diese Bücher selber hansigniert haben. Nein, es sind auch noch Extra-Seiten von der SKL darin. Und dieses Buch können Sie sich unter dieser Nummer bestellen. 080, 54, zweimal die 0 und einmal die 8. Und es gibt noch was zu gewinnen. Eine Australienreise für 2 Personen. Sollten Sie mitmachen. Also ran ans Telefon und sich dieses Buch besorgen. Viel Spaß wünschen Sie dazu. So, was ist im Checkpoint? Unglaubliche. 210.000 Mark. Wow. Jetzt geht es aber 10.000 DM im Super-Super-Spiel zu gewinnen. Deshalb machen wir viel Spaß. Und 3 Kandidaten durch die Tür auch gleich viel Spaß. Ich hätte ganz gerne die Tanja dort oben. Ja, Tanja, du spielst mit mir. Dann hätte ich ganz gerne den André. Ja, und die Elfke noch. Hier seid ihr 3 Kandidaten für das Super-Super-Spiel. Und darin geht es um 10.000 DM. Herzlich willkommen. Oh Gott, das könnte er hätte. Wir sehen uns gleich wieder. Hier kommt erst mal der Partner. Millionen Menschen in der Welt in über 75 Ländern der Erde vertrauen Tigerbalm dem vielseitigen natürlichen Einreibemittel. Tigerbalm besteht aus hochwertigen Heilpflanzen-Extrakten. Tigerbalm ist bewährt bei Sportverletzungen, bei Schmerzzuständen in Gelenken und bei Muskelverspannungen. Darüber hinaus bei aromatischen Erkrankungen ebenso wie bei Erkältungsbeschwerden. Tigerbalm ist das rein pflanzliche Einreibemittel zur wirkungsvollen Behandlung von zahlreichen Beschwerden. Auf ganz natürliche Weise. Tigerbalm ist Balsam gegen den Schmerz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und nun viel, viel Glück im Super-Super-Spiel. Unser neuer Partner wünscht viel Spaß. Hallo Elke, woher bist du denn? Ich komme aus Bad Kissingen. Und was hat dich hier nach Berlin verschlagen? Ich bin auf Besuch in Berlin. Sehr fein. Elke, viel Spaß wünsche ich. Hallo Tanja. Hallo. Woher bist du denn bitte? Aus Bochum. Aus Bochum? Ah, hast du Fans mitgebracht? Ja, sicher. Ja? Größte Reisegruppe oder was? Eine Reisegruppe. Sehr fein. Was machst du beruflich? Ich bin Managementassistentin. Managementassistentin, ja. Viel Spaß wünsche ich hier bei uns. Hallo André, sage ich grüßt. Woher bist du? Ich komme aus Berlin. Aus Berlin. Ja. Was machst du? Beruflich? Beruflich bin ich Gärtner. Und Hobbys, Hunde. Hunde. Komm, es ist ja Rex gucken. Ja, das auch, ja. Das auch, ja. Okay, viel Spaß André. Wir sind gleich wieder zurück, wenn es dann um 10.000 Ewer geht. Bis dann. Mit dem Super-Super-Spiel wollen wir den Abend beginnen und das sind die fünf Bereiche. Was wird denn genommen, Tanja, bitte? Wir nehmen was ganz Neues, wir nehmen was ganz Neues, wir nehmen das Ernstl. Welch eine Überraschung. Aber wir lassen uns überraschen, wie oft der Ernstl zu sehen ist. Keine schlechte Ausbeute und die Zeit läuft für die Tanja ab jetzt. Eis, 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 Eis Die Zeit läuft euch davon. Ecke. Oh Gott. Es fehlen zu viele Buchstaben. Man konnte das Gras wachsen, hörst du? Ruhig war es. Es fehlte noch. Held. Dann wird oben waagrecht noch umgedreht von Maren. Ein Eisrevue, Bude und fadenscheinig. Ja, im Nachhinein ist man immer etwas schlauer. Aber ihr hattet euren Spaß hier zu stehen. Für den 10.000 hat es leider nicht geklappt. Liebe Zuschauer, haben Sie die restlichen Lösungen gewusst? Ja, wenn dem so ist, dann sollten Sie uns hier besuchen. Rufen Sie allerdings vorher an unter 0138 5000. Montags bis Freitags von 10 bis 17 Uhr können Sie uns anrufen, Zuschauerplatzreservier lassen und uns hier im Studio dann besuchen. Vielleicht werden Sie ausgewählt wie die heutigen drei. Ich sage nochmal Dankeschön an euch. Sonderapplaus gibt es nochmal. Und bevor wir die erste Wage der Runde starten, gibt es unseren Werbepartner. Sofort nach der Ernte beginnt Spinat seine wichtigsten Vitamine zu verlieren. Darum hält sich Iglo an ein strenges Vitaminzeitlimit. Direkt nach der Ernte frieren wir den Spinat ein, um mehr von seiner ursprünglichen Frische zu bewahren. Dafür garantiert das Iglo Vitaminsiegel. Iglo, mehr Vitamine, mehr Geschmack. Auf geht's mit der Gymnastik hier am Rad. Wir freuen uns auf drei Kandidaten. Auf den Roland, Alex und auf den Karl. Willkommen hier bei uns am Ort. Stellt euch dran. Und... Roland, da fällt ja doch gleich das Mikro raus, ne? Das stecken wir hier hinten wieder rein. So, fangen wir nochmal an mit dir. Roland, stellst du dich mal vor? Ja, ich komme aus Karlsburg, einem wunderschönen kleinen Markt im Landkreis Fürth. Ich habe dort ein kleines Büro als Landschaftsarchitekt. Und die wenige Freizeit, die mir dann allerdings noch bleibt, verbringe ich dann mit Spielen. Ich bin leidenschaftlicher Spieler, alles was es gibt. Gesellschaftsspiele, Würfelspiele, Kartenspiele. Und deswegen bin ich besonders froh, dass ich heute hier sein darf. Dann kann man auch ein bisschen zotten, Roland. Viel Spaß wünsche ich. Alex, hallo. 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 Ja, ich komme aus Herrenberg. Es liegt am Schönbuchrand. Und ich spiele auch gerne. Und ich hoffe, ich gewinne hier heute was. Dann haben wir doch die Richtigen ausgewählt. Die vergnügen auch dir. Und der Karl. Ja, ich komme aus Bad Karlshaben. Das ist die nördlichste Stadt Hessens. Und tätig bin ich vereinsmäßig, Spielmannshoch, Leichtathletik. Und die Kinder, die nehmen auch viel in Anspruch, weil die auch sportlich, Fußball und Leichtathletik aktiv sind. Sehr schön. Das werdet ihr auch gleich aktiv. Vorher drehe ich das Rad für euch ein. 1000 DM ist der Höchstbetrag in der ersten Runde. Und einen Sonderpreis gibt es gleich zu gewinnen. Das Café Service Kult von Arzberg. Ausgezeichnet mit zahlreichen Designpreisen im Dekor Flying Object. Ein schönes Porzellan, das sich nützlich macht. Stapelbar, rutschsicher, geeignet für Spülmaschine und Mikrowelle. Eben Arzberg-Qualität. Der Wert 500 DM und damit toi 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 für die erste Runde. Dankeschön, Hans. Viel Spaß für euch von den dreien. Hier kommt das Rätsel aus dem Bereich Sache. Und beginnend auf der Roland. Bitteschön. 400. Ich nehm das N wie Nordpol. Ja. Einmal schreiben wir doch den dritten Betrag gut. Ja, dann gibt's einen extra Dreh, den klappen wir hoch. Und Roland, du bist an der Reihe. Das S wie Siegfried, bitte. Das S wie Siegfried wollen wir nicht drehen vorher. Doch, ne? Jaja. Und für 450 geht's weiter. Ja, aber jetzt das S wie Siegfried. Das S wie Siegfried, ja. Roland, nächste Möglichkeit bekommst du. Und das war hervorragend. Dieser Drehen. Sonnenpreis. Gut, gut. Geballte Faust geht nach oben. Und viel Spaß mit dem Preis. Und jetzt gibt's uns den nächsten Betrag hoffentlich. Wenn's denn gelingen sollte, ein hoher. Wir spielen, Herr Umbargel. Na ja. 200. Das R wie Rudolf. Gut. Einmal für Maren. Und durch diesen Dreh erreichst du 300. Das H wie Hannes. Nicht schlechter Hannes. 1.800. Und noch ein extra Dreh. Das musst du leider aussetzen, aber kein Thema für dich. Du hast ja den extra Dreh. Okay. Der wird gleich wieder eingesetzt, oder? Der macht an. Roland? Ah ja, selbstverständlich. Es sei denn, du hast eine besondere Taktik drauf und hebst ihn einmal auf. 900. Das T wie Theodor. Ja. Ja. Dreimal. Maren, da musst du nochmal zurückgehen. 4.500. Wir spielen Umbargel. Vorsicht vor den kritischen Feldern. Und hier kommt eins ange... Ärgerlich. Schön, was er am Konto gehabt. Alex ist an der Reihe. Alex schwingt die Keulen und kommt auf 200. Ich nehme das V. V wie Victor? Wie Victor? Nein. Karl. Karl der Käfer. Um eine Sache spielen wir. Und um 200 geht's für dich. Das L wie Lederhose. Ja. Da hast du aber kein Glück damit. Roland? Kontostand ist 0 bei dir. Aber jetzt geht's für dich um 600. Das G wie Gustav. Ja. Bestätigung kam aus dem Publikum. Ja. 1200. Dann kaufe ich ein E. Die E-Mail. Und, was wirst du uns sagen? Wirst du mir die Lösung sagen oder wirst du nochmal drehen? 900 hast du auf dem Konto? Ich drehe. Auf dem du gerne spielst. Könnte man noch ein bisschen zocken können. Das war ein kleinerer Betrag. 200. Ein K wie Konrad. Was soll's denn werden? Das ist die Staatsangehörigkeit. Ja. Das ist die erste Runde. Das ist die Staatsangehörigkeit. Das ist die Staatsangehörigkeit. Ausgezeichnet. Roland. Super hast du gespielt. Herzlichen Glückwunsch. 1100 D-Mark hast du Bar gewonnen. Gleich starten wir in die zweite Runde. Hier gibt's schon mal den Partner dafür. Jedes Jahr werden wieder Millionen von Menschen von Husten gequält. Dagegen können Sie etwas tun. Nehmen Sie einmal täglich ACC Akut 600. Der Schleim löst sich und Sie haben Ruhe für den ganzen Tag. Jetzt neu ACC Akut 600 als wohltuendes Heißgetränk. Nur einmal täglich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und hier kommt die nächste Bargeldrunde. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich wieder einen Sonderpreis zu gewinnen. California ist für Sie jetzt nicht mehr so weit weg mit diesem Kettler-Solargerät. Der platzsparende Schwenkfluder ist ideal für Ihre eigenen vier Wände. Er ist in fünf Stufen höhenverstellbar. Freizeitmarke Kettler. Der Wert? 900 D-Mark. Und nun viel, viel Glück für die zweite Runde. 2000 D-Mark ist der höchste Runde in dieser Runde. Und das Rätsel kommt aus dem Bereich Person. Alex, du darfst sie beginnen mit der zweiten Runde. Und versuchst es doch gleich mit 900. Ich nehme ein R wie Richard. Ja, das klappt. Klappt auch der nächste Schwung? Ja, man sieht ein Feld, aber ein äußerst ungünstiges. Und Karl, du bist dran. Und holst dir 500, D-Mark. Ich nehme ein N wie Norbert. Oh, ist aber nicht zu sehen, dieses N, Roland. Will er etwa den zweiten Sonderpreis? Nein? 400? Das L wie Ludwig, bitte. Ja. Damit klappt es beim Roland. Und 400 Schwerber, gut. 200 geht's weiter. Das S wie Steffi. Aufschlag, ja. 600. 300 könnten sie werden. Das ist nämlich das H wie Hannes. Mhm. Damit erneut Glück. Person soll erraten werden. Und was bahnt sich denn hier bei Roland? Ui. Alex. Ähnlich wie vorher in der ersten Runde. Dann kam das Stück auch wieder zurück. Jetzt spielt aber Alex erst um 300. Ich nehme ein D wie Dora. Nein. Karl. Karl ist an der Preis. 2000 D-Mark. Könnte in der Träte werden. Karl schafft es noch nicht, aber 300. Ein T wie Thomas. Ja. 600. Ich kaufe ein E. Wie Emil. 2. Das ist ärgerlich. Roland. Jetzt kriegt er einen Sonderpreis. Was hat der für ein glückliches Händchen? Roland. Sehr schön. Erste Runde hat er gewonnen. Sonderpreis gab es vorher schon. Jetzt erneut. Na. Und jetzt gibt es dir den Höchstbetrag 2000. Das schaffst du auch. Das war noch nicht ganz. 400 aber. Das C wie Cäsar. Ja. Gut aufgepasst. Für die 2000 wurde zu kräftig gedreht. Geht zwei Felder weiter. Sogar drei Felder auf die 200. Das K wie Konrad. Ja. Da ist Kurt wieder in seinem Element. Nein. Und holt sich auch noch 600. Das Y wie Y. Ja. Bitteschön. Was suchen wir denn für eine Person? Das ist der Kurt Tuchowski. Ja. Beuteliges Geburtstatum. Roland. Gratuliere dir. Jetzt sind es sage und schreibe 1400 DM geworden. Ja. Hier hast du Bar gewonnen. Zwei Runden Bar hast du gewonnen. Viel Spaß mit dem Geld. Gut anlegen oder gleich wieder ausgeben. Was wirst du machen? Schuldendecken. Schuldendecken. 2500 DM. Schuldendecken. Sehr fein. Ja, wer weiß. Liebe Zuschauer, jetzt können Sie einen Preis gewinnen. Und zwar Sat.1-Tex Seite 320 einstellen. Loch in der Haushaltskasse. Kein Problem. Sat.1-Tex hilft. Einmal 1000 DM in Bar für Ihre persönlichen Wünsche warten auf Sie bei unserem Glücksrad-Zuschaupreis. Wie es geht? Ganz einfach. Seite 320 wählen, das Glücksrad-Rätsel lösen, anrufen und gewinnen. Spaß, Spannung, viel Unterhaltung und immer brandaktuelle Informationen. Das ist Sat.1-Tex. Schauen Sie doch mal zum Beispiel in unseren Kleinanzeigenmarkt auf Seite 660. Da finden Sie immer das Richtige. Sat.1-Tex drückt Ihnen die Daumen. Viel Glück. Danke schön, Hans. Sie hat das Glück, hatte der Roller auf seiner Seite. Es gibt ja noch eine Runde. Und da gibt es Preise zu gewinnen. Also bis gleich. Nach zwei Bargeldrunden geht es bei uns weiter mit Preisen. Und so sieht eure Palette aus in der dritten Runde. Da geht es mal zu speichern aus. Ja, und in Ihrem Wohnzimmer könnte was los sein. Denn mit dem Rahmenkarten-Audio-Video-Receiver und dem JBL-Surround-Komplettsystem, der Sound-Effekt-Serie beamen Sie sich mitten ins Filmbeschehen. Der Receiver, das Lautfriersystem und das Ergänzungspaket Movies 10 verwandeln Ihr Wohnzimmer in ein Heimkino mit Erlebnisgarantie. Der wird 2.900 D-Mark. Einmal durchgeatmet, Hans, und gleich der Sonderpreis. Beim Sonderpreis geht es heute um Snack Life. Gewinnen Sie die Teilnahme für zwei Personen an einem American Football Weekend. Mit zum Preis gehört eine Kostenpauschale für die An- und Abreise, die Übernachtung in einem klasse Hotel sowie ein themengerechtes Rahmenprogramm. Snack Life von Stockmeyer. Live dabei mit den brandheißen Rennern. Zwei Rindfleisch-Burger mit Soße, Chicken Snacks mit Dip Sauce. Open it, heat it, eat it, and enjoy it. Der wird 2.500 D-Mark und damit viel, viel Spaß in der dritten Runde. Und da gibt es ja bekanntlich 5.000 D-Mark als Höchstbetrag. Und das Rätsel kommt aus dem Bereich 2 in einem. Ort und Gruppe. Und der Hans, äh, der Karl darf beginnen. 450 für den Karl. Das N wie Norbert. Nein. Ja, der hat aber auch Pech, muss ich sagen. Olaf. 750. Das S wie Steffi. Hm. Dieser Versuch geht auch gut. Und was sagst du uns? Das T wie Theodor. Das T wie Theodor. 500. Das R wie Rudolf. 500. Gut. Ich lasse jetzt mal umdrehen. 2.151. Roland. Zwei Bargeldrotten gewonnen. Für die dritte Runde sieht's auch nicht schlecht aus, denn du kommst jetzt auf die 450. Jetzt nehm ich das L wie Ludwig. Ja. Dann möchte ich bitte ein E kaufen. Solltest du bekommen, EW-E-Mail. Ist dreimal zu sehen. 2750 sind noch auf deinem Konto. Oh oh. Nein. Er leistet sich immer ein Wort Gott. Auch in dieser Runde. Alex. Aber jetzt ist es immer gut gegangen. Jetzt holt sich erst mal Alex 2000. Ich nehm das C wie Cäsar. Ja. Es klingelt einmal. Alex 5000. Das könnten Sie werden, wenn das Rad jetzt sich's überlegt. Ja. 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 Das H wie Heinrich. H wie Heinrich. Ja. 7000 nach zwei Drehs. Kaff ich ein I. Wieder. 6700, Alex. Nun. Bis jetzt hattest du Glück mit deinen Drehs. Auch nach diesem Schwung 400. Dann nehm ich ein F. Wie Friedrich. Wie Friedrich. Nein. Schade Alex. Karl ist an der Reihe. Und sie kratzen, lackt schon ab von unserem Glückshaar zu. Ist sie bei der Sache. Und ein Bankrott da drüben beim Karl. Groland. Groland. Siehst du, du hast wieder das Glück auf einer Seite. Und holst dir doch 5000. Ich sieh's, ich sieh's. Jawoll. Jawoll. Hier sind wir noch 5000. Das ist Baby Bertha. Baby Bertha. Und er hat auch noch Glück damit. Sagenhaft. 5000. Roland. Nächster Versuch wird durchgeführt mit 200. Das G wie Gustav. Die Ellie schreibt Kaufhausen-Publikum. Roland hat's gehört. Aber er spielt weiter. 300. Ich nehm das M wie Marta. Na Roland, geht dieser Schwung denn gut? Holst du dir noch einen hohen Betrag? 700. Und dann das K wie Karl. Was höre ich denn? Abstellkammer, Kammergericht. Da musst du applaudieren. Alex Zertal, ist klar. So toll wird Roland gespielt hat. Glück gehört dazu, selbstverständlich. 6500 DM sind sie jetzt gewonnen. Und da darfst du dir die Preise aussuchen, Roland. Und hier sind sie. Roland, was nimmst du denn mit? Bitte sag es uns. Ich nehm den Fernseher, das Fahrrad, die Reise und den Verstärker. Roland, wir wissen das endlich, wie ein richtiger Gameboy aussieht. Ein richtiger Spieler. Hier sind ihre Preise. Die Philips Black Matrix Bildröhre. Dieses Kendo-Portabel liefert ein gestorben, scharfes Bild. Er bietet On-Screen-Display, eine Euro-AVs-Kartbuchse sowie ein automatisches Programmiersystem. Der Wert 350 DM. Ein komfortables City-Bike für den vielseitigen Einsatz ist der Kalkoff City Shopper mit Shimano 7-Gang-Nabenschaltung und Super-Oversized-Cruiser-Rahmen. Der Wert 1000 DM. Mit Buchereisen nach Mallorca leben sie eine Woche für zwei Personen in der Pro-Tour-Hotelanlage Apartments Turo Pins. Originalbucher Last Minute finden sie in einem Reisebüro. Der Wert inklusive Flug mit Aeroleut 2100 DM. Mit dem Harman Kardon Audio-Video-Receiver und dem JBL Home Cinema Lautsprechersystem Sound Effects verwandeln sie ihr Wohnzimmer in ein Heimkino mit Erlebnisgarantie. Der Wert 2900 DM. Herzlichen Glückwunsch. Der Abend hat sich gelohnt für den Roland. Er ist eindeutiger Tagesrichter geworden. Herzlichen Glückwunsch. 9000 DM hast du insgesamt hier abgeräumt. Spielst du in der Bonusrunde nachher noch einmal. Da gibt es auch einen Preis. Aber 210.000 DM sind im Superspiel zu gewinnen für die heutigen drei Kandidaten. Also, wir werden es gleich erfahren. Ja, bis dann. Herr, liebe Zuschauer, heute ist Donnerstag. Heute ist Reisetag bei uns. Sie wollen sicherlich wissen, ob wir die Joke-Lose gewonnen haben. Hier erfahren Sie es. Sie reisen gern, dann sind Sie hier genau richtig. Denn wenn Sie im Besitz eines gültigen Joke-Loses sind, kann der heutige Donnerstag auch für Sie ein Reisetag werden. Beginnen wir doch gleich mit dieser Reise. Mit Trans-Ozean-Tours unternehmen Sie auf der MS-Kalypse eine Kreuzfahrt zu den schönsten Gebieten Asiens. Und hier sind die fünf Los-Nummern, auf die dieser Gewinn entfällt. Herzlichen Glückwunsch. Die nächsten Gewinne entführen Sie nach Hawaii. Sie fliegen mit Northwest Airlines zu zweit nach Hawaii und verbringen 14 Tage in einem Haus der ITT Sheraton Hotels & Resorts. Um ihr Wohlbefinden vor Ort kümmert sich Estreisen. Fünf Joker-Lose-Besitzer mit diesen Los-Nummern können sich über diese Reise freuen. Weitere zehn Gewinner dürfen auf der MS-Kalypse eine 14-tägige Kreuzfahrt durch das Mittelmeer unternehmen. Hier sind die ersten fünf Gewinnzahlen. Wem das jetzt zu schnell geht, der überprüft die bitte die Zahlen im Sat.1-Text, Seite 197. So, und hier kommen die letzten fünf Gewinnzahlen für die Mittelmeerkreuzfahrt. Und noch eine Reise gibt es zu gewinnen nach Mexiko. Sie fliegen zu zweit mit LCU und verbringen traumhafte Tage in ITT Sheraton Hotels & Resorts. Auch diese Reise gibt es zehnmal. Hier sind die ersten fünf Gewinner. Und dieses die zweiten. Herzlichen Glückwunsch und allen Gewinnern schöne Urlaubstage. Morgen geht's weiter mit dem Gewinnen. Da gibt es quasi zum Wochenausklang. Unglaublich aber wahr, gleich zwei Weberhäuser. Viel, viel Glück. Dankeschön, Hans. Die Häuser sind morgen dran. Und jetzt sind 210.000 E-Mark dran. Und wir geben Checkpoint. Und so sieht das Ganze aus für euch. Die Bereiche fünf an der Zahl. Und jetzt brauche ich bitte fünf Konsonanten, ein Vokal von euch. Auch wir haben uns auf das Ernstl geeinigt. Sehr fein. Gut. Im Super-Super-Spiel klappte es nicht mit dem Ernstl. Vielleicht habt ihr das Glück. Na, das ist die Ausbeute. Lange Strecken drin, wo nichts zu sehen ist. Oh, oh. Die Zeit läuft für den Roland erstmal ab jetzt. Schlafzimmer. Ja. Hans, der Name. Ja. Natur. Maus. Ja. Sache. Zahl. Ja. Und? Sprechne Wendung. Und einfach super. Ja. Ist das gigantisch. Da kommt sie vor Freude. 210.000 E-Mark. Sie sind gewonnen worden. In diesem Moment, durch diese starke Leistung, sah er anfangs nicht so aus. Müssen wir bestätigen, liebe Zuschauer. Das war eine gigantische Leistung. Sehr schön. Hatten wir fein gemacht. 70.000 für jeden. Also, fangen wir morgen an mit 10.000. Also, normalerweise hätte ich so geteilt. Aber jetzt gibt es ja nichts mehr. So soll es sein. Ja, liebe Zuschauer, wir haben noch ein Rätsel für Sie zu Hause. Bitte schön. Der Glückspilz des Abends. Roland hilft mir für unsere Zuschauer zu Hause. Ich nehme das A. Das A. Wie Anton. Gut. Alles hat ein Serie, liebe Zuschauer. Viele Männer haben sich in Frauenrollen schon gezeigt. Von Charles Tante bis hin zu Putzi. Dieses Mal ist es Helmut Weinzierl. Und das können Sie heute gewinnen. Das vier-Stern-Hinterpost in Seefeld erwartet Sie für ein Wochenende. Das exklusive Haus mit Restaurant, Hotelbar, Tanzbar und Sauna ist der ideale Ort für ein paar harmonische und erholsame Stunden. Und wer Lust auf Sport und Spiel hat, kommt garantiert auf seine Kosten. Viel Glück. Da geht die Post ab. Der Motel Post. Liebe Zuschauer, also mitmachen, wenn Sie jetzt die richtige Lösung wissen. Anrufen unter 080 54 4 und zweimal die 0. Viel Glück wünsche ich. Falls Sie jetzt nicht durchkommen, versuchen Sie später nochmal. Und am Samstag warten wir vielleicht 10.000 DM auf Sie. Also es lohnt sich in der Tat mitzumachen. Viel Spaß, Menschler. Roland, du hast wirklich so viel abgeräumt, aber es geht ja noch für dich weiter. In der Bonusrunde sehen wir dich gleich nochmal. Roland, frisch gestärkt nach dem vorherigen Sieg. 210.000 sind geknackt worden. Und jetzt geht's für ihn weiter. Roland, ein Preis wartet und Maren. Ebenfalls. Roland, gewinnen Sie eine Individualreise mitten ins Herz der Karibik. Eine Woche nach Barbados für zwei Personen. Sie fliegen mit der LTU ab Düsseldorf oder München mit perfektem Bordservice direkt nach Barbados. Dort können Sie in dem bezaubernden Coconut Creek Hotel natürlich inklusive Halbpensionen mal so richtig ausspannen. Und ein nur für Sie zusammengestelltes, umfangreiches Freizeitprogramm sorgt für Abwechslung. Der Wert 10.000 DM. Viel Glück. Können wir uns nicht so gehen lassen, Roland. Jawohl, jetzt wär's. Gut, Roland, hier kommt das jetzt aus dem Bereich Redewendung. Fünf Konsonanten, ein Vokal. Ich denke, das Anstel hat sich bewährt. Ich bleib dabei. Gut. Never change. Winning Team, das ist schön heiß. Und ihr hattet Glück mit dem Ernsten vorher. Und es sieht auch wieder vielversprechend aus. Sprachgebrauch, geflügelte Worte. Und Roland, 15 Sekunden laufen ab jetzt. Kleine. Kleine. Kleine Tasse. Nee. Kleine. Kleine Tasche. Kleine Masche. Kleine Fische. Ich bin Fisch. Oh, weah. Oh, auch das noch. Das wär's gewesen. Aber es gibt keine Grund zu meckern. Danke schön. 70.000 in Bar. Bar gehen rund zwei davon gewonnen. Und so weiter. Leute, auf die Sitzung kommt der Preis. Also, schöner Abschluss für den Roland. Das ist ein gleichgeschäftes Zuschauen. Ich freue mich auf morgen. Schönen Abend mit Sat1. Tschüss. Wenn Sie sich beim Grüne Küche Spinat Glücksrad bewerben wollen, dann schreiben Sie bitte direkt in das Sat1 Glücksrad Postfahrt 1140 in 12474 Berlin. Und denken Sie an unser Zuschauerspiel im Sat1 Text Seite 320 zum Mitspielen zu Hause. Wenn Sie SKL Glücksrad Kandidat werden oder in unserem nächsten Millionenspiel um mindestens 50.000 D-Mark spielen wollen, melden Sie sich unter 0180 55666. Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Dankeschön, liebe Ritzelfreunde, und hoffen, dass Ihnen das heutige Glücksrad gefallen hat. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017